Hallo Freunde von Dr. Bott. Ja, wir sind heute nochmal, es ist Mittwoch heute, heute sind wir nochmal an den Meerforellenstrand gefahren, wo sie eigentlich gestapelt stehen sollen, wo wir sie haben auch schwimmen sehen. Aber bis jetzt tut sich hier noch nichts. Es ist halb zwölf Uhr mittags und wir werden hier noch ein, zwei Stündchen bleiben und dann wollen wir mal gucken, ob wir denn was gefangen haben. Und gestern konnte ich nochmal sensationellerweise mit meiner Posenroute, muss ich ja nochmal sagen, eine ganz einfache Posenroute, also die ich eigentlich zum Brellen angel nehme, habe ich einen 46er schön massigen, dickfleischigen Bott an Land gezogen. Das war mal ein Erlebnis. Es war nur leicht gehakt, aber gehakt ist gehakt. Ja, das war ein tolles Erlebnis. Wir haben über fünf Stunden an einem Ort gesessen und versuchte was rauszuzuppeln. Ja, raus kamen zwei Plattfische und eine Schwarzmundrunde, so wie wir sie identifizieren konnten. Das uns ja mal wieder zeigt, dass diese Fischart auch hier angekommen ist. Gut, jetzt weiß ich auch nicht mehr zu erzählen. Alles weitere später und alles Gute und bis bald, euer Dr. Bott.